Hallo zu einem ganz kurzen Infovideo. Heute wird Anno1800 gestreamt um 20 Uhr zusammen mit Concord. Da das Streamen bei mir aber noch nicht funktioniert, werden wir das über Concords Kanal machen. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Seid dabei, um 20 Uhr fangen wir an mit unserer Partie und dann sieht man sich hoffentlich heute Abend. Bis dann, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020